Ruf die Schweine und willkommen zu einer neuen Folge Sommerland. Was waren das gerade für befremdliche Geräusche? Also das Geräusch, also das Geräusch irgendwann kommt von Andi, aber ich habe mir, als ich runtergezählt habe, irgendwie den Rücken so verknackst. Man merkt echt, dass man älter wird. Dieser rosa Penis bei dem einen Wohnhaus, hat der irgendwas zu bedeuten? Ja, ist noch nicht eingerichtet, dass es noch obdachlos ist. Was, ist jetzt eingerichtet oder obdachlos? Das ist falsch. Nichts obdachlos, da wohnen Leute drin. Wie viele denn? Vier. Okay. Ja, und dem anderen? Es gibt kein anderes. Es geht einmal der Krämer und es gibt das linke. Da sind überall Leute drin, Andi. Sicher? Ja, siehst du sie nicht? Roll mich nicht. Ich zieh sie durch die Scheiben. Und überhaupt. Roll mich nicht. So, ich verteile mal ein paar Lamps. Lamps. Weil irgendwie haben wir das vernachlässigt. Also die Laternen. Lamp, bam. Wir können hier so einen schwulen Magenta-Teppich hinmachen, auch wenn es farblich irgendwie nicht so passt. Äh, warum sollten wir? Weil es, äh, immer geschmacklose Sachen in Bordells gibt. Das ist doch kein Bordell. Das ist ein Puff, ein Freudenhaus. Ein Etablissement. Das ist Mittelalter, du darfst nicht vom Pascha-Haus gehen. Ich weiß nicht so oft, aber... Apropos verknackst. Ich glaube, das habe ich sogar manchmal euch erzählt, obwohl das jetzt schon ein paar Tage her ist. Äh... Lymphknoten verknackst. Ja, genau. Äh, das habt ihr ja erzählt. Und dann... Die Ärzte konnten trotz intensivster Nachforschung nicht herausfinden, was es denn nun ist. Also, machen wir am Montag mal ein MRT. Und man fragte mich, haben sie denn eine, äh, künstliche Lüfte? Oder einen Herzschrittmacher? Stopp, 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 stopp. Mündlich gefragt oder schriftlich? Mündlich. Und die Ärztin, die Ärztin... Also, nein, aber die Ärztin gleich so mit so einem Lachen, ne? Wie so, hahaha. Nein, natürlich nicht. Ende vom Lied. Ich gehe da am Montag hin. Ja. Haben sie eine künstliche Hüfte? Hertschrittmacher? Ja, das müssen die fragen, weil... Piercings. Oder eine Zahnspange. Hm. Ja, ich habe dann noch so ein 5... Oder 0,5 Millimeter Draht hinter den Zähnen. Ja, können wir nicht machen. Hahaha, haha, haha. Echt jetzt? Also, ich erstmal da auf dem Uniklinikgelände rüber zum Kieferorthopäden. Hallo? Können Sie mir das mal gerade rausschneiden? Hey, du kannst doch einfach da reingehen. Na klar, machen wir. Hä? Du kannst doch einfach da zum Kieferorthopäden reinhusteln. Klar. Hä, hat der nichts zu tun, oder was? Ich? Privatversichert. Ja, der trotzdem... Nein, ich weiß. Äh, nee, weil dann habe ich da so einen Schein bekommen. Ah, von Klinikum. Also, nein, ich bin erst... Also, weil ja Auftraggeber quasi, HNO, da rübergegangen. So. Da gefragt. Äh, hier so. Ich bräuchte da gerade einen Termin. Das wäre ganz cool, dass ich jetzt ne machen will. Sonst brauche ich einen neuen Termin für das MRT. Ähm. Und ja. Geht einfach hin. Hat die Sekretärin da gesagt. Ich da hingegangen. Ja, pff. Haben wir noch nie gemacht. Brauchen wir einen Schein. Sonst machen wir das nicht. Warte, der Kieferorthopäde. Ja. Der hat noch nie so einen fucking Draht entfernt. Nein, der braucht einen Schein als Anforderung. Achso, ja. Also, von wegen, dass das gemacht werden muss. Mhm. Äh, dann wieder zurück zum MRT. Ja, wir führen nur aus den Schein. Musst du dir bei Hermann holen. Und da wieder hingelaufen. Also bin ich da 45 Minuten nur für diesen Schein quasi rumgelaufen. Dann habe ich da 10 Minuten gewartet. Das ist ja, das dauert nicht lang, diesen Draht rauszuknipsen. Das sind 5 Minuten. Dann wird das noch kurz poliert. Fertig. Da ist dann dieser Klebstoff. Genau. Das wird wegpoliert. Ja. Und da muss es natürlich irgendwann wieder reingemacht werden. Also neuer. Weil der alte ist ja für eine Arsch. Ja, Kian. Was lernen wir aus der Geschichte? Krank werden? Möchte ich nicht. Ja. Ich bin ja nicht krank. Weil, gucken Sie sich das MRT an. Ja, da ist nix. Und du weißt jetzt immer noch nicht, woher es kommt. Nein, da wird einfach ein Lymphknoten irgendwie dick. Fertig. Mehr ist da einfach. Der ist einfach am Raven quasi. Ja. Nein, das war ja dann die Vermutung, ob da noch irgendwie so eine Zyste ist. So was, was sich füllen kann und wieder entleert oder so. Was dann sich irgendwie mal entzündet. So. Ich habe jetzt noch ein paar Lampen verteilt. Aber ist nix. Also muss ich wohl damit leben, dass das einmal im Jahr passiert. Ja. Man sieht es eigentlich aus. Ich kriege keine Tage. Das wird ganz rannig. Ne. Dann wird er ganz dick. Oben rum. Sch. 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 So, hier baut ich ein Puff hier mit so einem Kirchenfenster oben. Ach schade. Ich dachte, du lässt das so lang. Soll ich euch dabei helfen? Ich könnte natürlich ein bisschen die Mauer bauen. Du könntest mal den Friedhof weiterbauen. Der ist fertig. Dann könntest du das Friedhof... Ne, stimmt. Da fehlen noch zwei Grabstellen. Dann könntest du das Tropengräberhaus bauen. Der wohnt da direkt daneben, ja? Ja. Sorry. Ich muss kurz hier... Ich brauche noch zwei Graber. Was soll ich machen, Andi? Zwei Graber. Die macht Leichengeruch nichts aus, hab ich gesagt. Die... Was ist das denn hier? Junge, das ist die chillige Trendy Bar ohne Barhocker. Also erstmal sind Zapfanlagen hinten. Hä? 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 Bist du behindert? Die Zapfanlagen sind immer hinten. Die können auch vorne sein, Dude. Hä, Andi, das... Das ist ja jetzt mal der totale Bullshit. Jetzt mal ohne Spaß. Und hier sind... Bei welcher Bar sind Zapfanlagen hinten? Die... Die schauen dich... Das sieht so komisch aus. Bei welcher Bar sind Zapfanlagen? Bei welcher? Bei welcher? Das habe ich noch nie gesehen. Guck mal, hier sind sogar die Spül... Bei welcher? Das habe ich noch nie gesehen. Hier ist das Spülbecken mit Spüli und den Bürsten. Das hier. Und das andere. Das habe ich noch seltener gesehen, als Däumen Spülbecken mit Bürsten gesehen hat. Hier müssen wir überall noch Tisch legen, das wisst ihr. Ja. Erstmal muss der Zapfanlagen nach vorne. Das ist eigentlich zu groß für mein Geschmack. Tja, Andi. Dein Geschmack ist wohl nicht... Boah, geil. Jetzt hier noch ein paar coole... Was soll ich... Wir müssen dich ganz wegmachen. Da ist eh kein Platz dafür dann. Wen wegmachen? Einen Teppich, ne? Einen Teppich. Aber irgendwo müssen auch die Herren chillen, wo dann Privatdanze nachgefragt wird. Ja, chillen auf mehreren Ebenen. Wo ist der Wechselkotomat? Hier! Alter! Wir sind eine Mittelalter, Gott verlebt der Scheiße. Hier gibt's keine Stripperin. Aber hier muss doch irgendwo noch ein Wechselautomat sein für Paschadolla, denke ich. Damit Mangel glücklich wird. Und was auch immer das hier sein soll. Was kannst du dir überlegen? Hä, das ist ein Schwingtisch. Das bleibt... Ich dachte eher ein Spielzeug. Das bleibt deiner Vorstellung völlig überlassen hier. Völlig überlassen. Kompletti. Joddy Kompletti. So. Jetzt noch mal ein paar Farbakzente. Müssen eigentlich immer Stühle hin. Das ist... Wie zu eng! Wieso denn Stühle? Ah, die... Wir sind im Mittelalter... Nein, das... Wieso macht ihr denn das pink? Wir sind im Mittelalter, Mann. Ja, da war so ein Schankraum vorne. Ja, mit pinken Stühlen. Tischen. Das Bettchen muss weg. Ein... Was? Schankraum? Schankraum? Ja. Und dann geht die, äh... Dafür auch noch mit einem Messen vor. Und dann sitzt du hier rein, säufst, guckst du vor und sagst, hier komm lass ficken, drückst der Geld in die Hand und gehst nach oben. Also ich muss ja zugeben... Ja, aber stopp, da kann sie ja betrügen. Wenn ich beim Arzt bin, blätter ich dann durch die diversen Zeitschriften. Playboy. Also das ist dann einer der wenigen... Ja, natürlich haben sie sowas ausgeliehen. Äh, weil ich mir sowas eigentlich selten bis nie kaufe. Einfach ein Playboy? Generell sowas wie Autobild und... Ich kenn Zahnarzt, der hat die Playboy bei sich. Und... Echt? Ja. Und, äh... Da war heute dann so ein Artikel, wo irgendwie von so einer Eskort-Dame ein Bild im Dorf rumgesch... Also ein Artikel darüber, dass so ein Flyer rumgegeben wurde, dass die angeblich eine Nutte sei. Und danach wollte sie niemand mehr buchen. Und dann war das so voll aufgemacht, von wegen Existenz zerstört. Oh. Ja. Doch, Gold gefällt mir, Gold gefällt mir. Ja, Premium, ne? Das war eigentlich viel zu, viel zu Premium dafür, aber... Ey, das ist einfach so billig angemalt. Besprüht mit Graffiti-Dosen. Weil ihr wisst ja... Andi, wann hast du denn nur eigentlich mal... Jetzt mal ohne Witz. Wenn ich stopp, Andi, wenn... Kriegst du die überhaupt noch? Nein. Andi, wenn ich... Alter, dann zerstör sie! Wenn ich... Wenn ich in drei Wochen bei Andi bin... Dann werde ich diese Uhr nehmen und sie mitnehmen. Nein. Wirf sie ins Klo und kack drauf. Äh... Ja, okay. Ja, genau. Ja, dann wär sie wenigstens destroy... Ne, ist wasserdicht, ne? Das ist ne Baby-Gi. Baby-Gi. Aber, aber... Das ist keine Baby-Gi, du Lappen. Aber Andi... Eine G-Shock. Eine G-Shock. Aber eine G-Shock ist es. Ey, wieso? Ich wasche ja immer ab und fertig. Was ist das Problem? Boah! Andi, das geht doch nicht. Andi, sowas riechst du immer noch. Und selbst wenn du theoretisch nichts riechst, du riechst es trotzdem. Weil du denkst, dass du es riechst. Weil du riechst nicht. Nein. Genau. Ja. Was für Probleme. Achja, ich hab letztens noch einen Kommentar gelesen. Warum eigentlich unsere Stadtwache so braun wär, hat die Stadt kein Geld? Militärgebäude. Frage. Machen wir ein bisschen mehr Rot dran. Ja, ganz oder gar nicht? Ein bisschen mehr. Warum? Ganz oder gar nicht? Doch keine Hoverhocker. Vor allem, der Witz ist, vorne hat sie fast kaum ein Braun und dann irgendwie nur seitlich. Jo, zuck mal. Ist mir topmachsinnig. Hat sich grad gar keiner beschwert, dass ich getrunken hab. Das hat sich ihr ja am Furz angehört. Ich hab's gar nicht gehört. Aber deine Furze kommt doch nur aus deinen Hirten, Andi. Hä? Die Stadtwoche ist doch schick. Ah ne, das ist gar nicht die Stadtwoche. Doch, die Stadtwoche ist doch schick. Ja, vorne jetzt relativ. Aber hinten ist die ganz schön voll gejillist. Ja, hinten. In der Gasse dahinter werden natürlich ab und zu mal Verbrecher von der Stadtwoche zusammengeschlagen. Ja, aber da kommt doch der ganze rote Farbstoff. So, ihr könnt jetzt erraten, was ich überhaupt trinke. Ah, warte. Du trinkst ne Capri-Sonne. Stopp, stopp, stopp. Ne Fritz-Cola. Nein. Du, ist es ein koffeinhaltiges Getränk? Nein. Ist es ein Softdrink? Nein. Ist es Wasser? Nein. Ist es Wasser? Hat es einen fruchtigen Geschmack? Ja. Ähm. Ist es Fritz-Limo? Nein, das ist kein Softdrink. Kein Softdrink. Fritz-Limo. Äh, Totengräber direkt daneben? Ja. Moment, ja. Mit kurzem Gehweg dazwischen oder nicht? Ohne. Äh, kurzer Gehweg dazwischen. Nee, ich würde sagen... Kann man das, kann man das Getränk im Supermarkt kaufen? Ja. Äh, es ist kein Softdrink, es hat kein Alkohol? Nein. Ja, aber was ist es dann? Ist es, ist es, ist es, ist es... Grapefruit alkoholfrei. Stopp, stopp. Also, es hat einen fruchtigen Geschmack, also es ist ein Fruchtsaft. Ja. Orangensaft. Ja. Irgendwie hast du dich gerade ziemlich verbohrt gehabt. Auf? Ja, weiß ich nicht, weil du dein Himmel sollst warm sein. Besser. Das ist wie zu hell hier in so einem Alter. Ich kaufe mir nie Orangensaft. Äh, hat der... Ich weiß nicht, wie soll ich den bauen? Der muss ja dann hier so ziemlich in diese Ecke gehen. Warum hängen denn jetzt hier so Würste von der Decke? Das sind rote Stoffbahnen. Würste! Äh... Hallo, könnt ihr mir mal kurz sagen, wie und wo ich den jetzt hinstellen soll? Das sind keine Würste, das sind rote Stoffbahnen. Alter, Andi, es sieht aus wie... Keine Ahnung. Es sieht gut aus. Nee. Es ist einfach too huge. Wenn es Slaps werden, wird es gut aussehen. Es sieht gut aus. Wir könnten Spinnenweben nehmen. Sag mal bitte kurz, wie in einem Fall ich das hier hinstellen soll. Ist das hier so eine Ecke? See. Ja. Und dann läuft der mit so einem Weg, zack, 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 zack. Ist die Butze jetzt schon ranziger oder nicht? Ja. Also bis hier... Ja, was sind denn alles Details von ranzig bei uns? Also, sie ist noch normal, aber sie ist ärmlich. Also, wenig rot. Ich dachte vielleicht auch schon ein anderes Dach. Nee, so arm ist der denn doch nicht. Aber ich denke, der ist doch unehrenhaft, oder? Ja, und... Das hat wenig Geld verdient. Hm, Zuhälter ist auch unehrenhaft und trotzdem hat er viel Geld, also... Hat ja nichts damit zu tun. Ja, aber auf illegale Weise. Wieso illegal? Warum ist denn ein Zuhälterei? Weil Zuhälterei illegal ist in Deutschland. Kilian. Ja. Wir sind nicht hier in Deutschland. Ja, aber der Puff Daddy. Stopp, was ist denn jetzt der Unterschied zwischen Zuhälterei und... Erstmal sind wir nicht in Deutschland, weil Zuhälterei im Mittelalter nicht illegal. Egal. Was ist der Unterschied zwischen ich besitze einen Puff und ich bin ein Zuhälter? Äh... Irgendwo bist du... Zuhälterei steht darunter, dass der die quasi dazu zwingt, das zu machen. Nee, nee, nee. Doch, doch. Oder dass er die aus Rumänien importiert. Nein, Zuhälter ist quasi einfach... Das hat nichts mit Zwingen zu tun. Ein Zuhälter hat mehrere Nutten unter sich, bei denen der... Zuhälterei zwingt sich zum Beispiel Geld abzugeben. Nee, dafür liefert er aber auch quasi den einen gewissen... Zuhälterei bedeutet Prostituierte für sich arbeiten zu lassen und von ihren Einnahmen zu leben. Teilweise handelt es sich dabei auch um den Betrieb eines Bordells. Nach Definition des deutschen Strafgesetzbuches bedeutet Zuhälterei die Ausbeutung einer Person, die der Prostitution nachgeht. Irregal. Ja, aber wie kann ich dann legal so ein Bordell haben? Gar nicht. Also... Du kannst natürlich vereinbaren, dass sie damit gezahlt, ne? Das ist eine Gewerkschaft, glaube ich. Aber die können als freie Mitarbeiterinnen da doch arbeiten. Ja, eben. Ja, irgendwie sowas wahrscheinlich. Du hast die, glaube ich, nicht als Prostituierte. Stimmt, wie wir sonst... Man, die Blinks Etablissement, ne? Wie machen die das sonst? In Fascha. Keine Ahnung, das interessiert mich eigentlich auch nicht. Warum nicht? Weil ich gehe lieber in den gehobenen Rock. Äh... Also... Natürlich finde ich es besser, wenn da es irgendwie legal abläuft, aber... Im Grunde genommen ist es mir scheißegal. Es ist gekmischt als Customer. Äh, was denn da los? Hä? Warum hat denn der auf einmal so Winkel? Was ist immer, wenn er connectet? Was connectet? Und du brauchst nur on the edge? Ja, wenn er on the edge ist. Guck mal, wenn du dann weitermachst, guck mal, dann wird der nochmal anders. Wie? Was macht ihr gerade? Ja, guck doch mal. Lol... Das ist connectet textures as its finest. Guck dir das mal an, what the fuck? Ach, das hier? Lol. WTF, Junge, WTF. Ah, das ist ja nicht korrekt, oder? Und das packt jetzt, wenn du jetzt wieder um die Ecke gehst. Es packt es. Es packt. Eck hier irgendwie, das heißt ja nicht korrekt. Das ist halt so. Ja, aber das... Dann gehst du sicher nicht von alleine. Schon komisch. Komisch. So, hier oben kann Andy jetzt nochmal sein Bettchen aufbauen. Weil hier muss dann ja so eine Art Flur hin. Hä? Hä? Ey, wie ist das im Flur? Hä, wie? Du willst das open-minded haben, oder was? Machst du was? Zwei mit roten Stoffbahnen abgehängte Räume? Fertig. Mit Stoffbahnen. Tunnel auf Stoff und Bahnen. Und auf Stoff. Aber auch ein bisschen auf Bahnen. Ja. Damit du nicht aus der Bahn geworfen wirst. Ich pack mir die ganze Halbzeit mit Frisch. Cool. Cool. Tut mir leid. Irgendwie blicke ich an deinen Stoffbahnen nicht so entlang. Der Kevin hat sich, glaube ich, Mentors eingeworfen. Hatte gehofft, dass er im Finale noch rankommt. Und dann war nix. Traurig, aber wahr. Aber dafür war er in der... Dafür hat er eine Medaille bekommen, ne? Eine Medaille bekommen. Ist doch schon mal was. Die haben den Pokal ja kaputt gemacht ein bisschen. Echt? Wie? Der ist runtergefallen oder so. Vom LKW oder direkt da noch? Da noch. Lol. Ja, aber das ist sowieso eine Kopie. Ja, aber das ist schon das, was der DFB behält. Ja, aber das ist trotzdem nicht echt. Also das echte Ding steht irgendwie in Zürich oder so? Ja, das wird nur kurz rausgeholt. Damit es da rum steht. Und dann wird es wieder eingeschlossen in Zürich. Zürich. Gezeigt. Ja, das steht... Warum eigentlich in Zürich? Das wird... Das steht quasi beim... Beim Endspiel... Das hat denn... Das hat denn Zürich mit Fußball zu tun? Schließfächer, Andi. Nee, oder Bern... Nee, nein. Ich denke mal, da ist da nicht der... FIFA... Und FIFA hat doch einen Sitz in der Schweiz. Ja. Headquarters. Und warum dann nicht in Zürich? So, hier sind Stoffbahnen. Und jetzt muss auf dem Boden noch so ein Teppich. Andi, ich möchte irgendwo mein magentafarbenen Teppich hinhaben. Nein. Okay, dann braun. Wir sind braun. Ja, warum nicht magenta? Warum braun? Ist es nicht auch ein Zeichen von Ärmlichkeit, wenn man keine Holzbalken da drin hat? Nein, das ist ein... Das ist ein... Das ist ein... Von Instabilität. Von Instabilität. Kann er sich nicht leisten. Nee, das kann er sich ja leisten, mein Gott. Und hier ist ein kleines WC. Da kann die sich die Zähne putzen. So. Du hast gerade wirklich gesagt, da können sie sich die Zähne putzen. Hier ist es mit... Geht mal an die Stoffbahnen vorbei. Und hier ist das kleine WC. Ah. Du im Horzer komm mal wieder raus, ey. Können sich frisch machen. So. Ich mach hier ein schönes WC hin. Zack. Sogar mit Ausblick. Das ist doch schön. Ein WC mit Ausblick. Das muss natürlich vor allem außen... Genau. Toll, Walter. Du machst mich bereit. Zack. Was macht er nicht? Fertig. Er macht mich bereit. Okay. Zack. Slap. Ich würde sagen, da sind wir jetzt auch schon wieder am Ende der Folge angekommen. Wow. Boah. Ich bin echt stolz auf mein geiles WC. Und das wüsste ich hier ready. Und da bleibt es noch zu sagen. Da kommt gleich noch eine Tür rein. Oder lass es bleiben. Bis zum nächsten Mal. Ja, weiter geht noch ein. Vielen Dank.